Liebe Skatfreunde, hier sind Böttcher & Fischer mit ihrer beliebten Sendereihe. Was mache ich mit diesem ultimativen, limitierten RSA-Kartenspiel mit den Visagen von Böttcher & Fischer drauf? Womit beschäftige ich mich? Heute Folge 3826. Man kann damit auch schnipsen. Das Problem ist ja beim Skat immer einer, sitzt immer daneben und muss immer geben. Und der hat immer Langeweile. Drei spielen und der gibt dann Langeweile. Was macht der? Der spielt schnipsen. Kleiner Hinweis dabei, wenn sie wirklich während des Skatspiels der anderen drei mit den Karten schnipsen, stimmt irgendwas nicht, weil diese Karte wird dann fehlen. In diesem Sinne, toi toi toi. Ihr macht mit dem Skat, macht euch richtig Freude.